Ein unscheinbares Haus im heutigen Heilbronner Stadtteil Böckingen. Es trägt die Nummer 5 in der Hechtstraße. 1904, als Böckingen noch nicht zu Heilbronn gehörte, wurde hier Otto Rombach geboren, als Jüngster unter fünf Brüdern und drei Schwestern. Die Straße hieß damals noch Fischerstraße. Gelebt hat er hier nur anderthalb Jahre, bevor die Familie Böckingen verließ. Dennoch hat sich Rombach noch im Alter zu seinem Geburtsort bekannt. Böckingen Michipatria Est, formulierte er sein pathetisches Bekenntnis zu dem ehemaligen Proletariervorort, obwohl er in Bietigheim und Frankfurt aufwuchs, bis Kriegsende in Berlin und dann in Bietigheim lebte. Heute scheint Rombach in Heilbronn fast vergessen. Die Rombachzimmer im Böckinger Bürgerhaus gibt es nicht mehr. Die Rombachstraße in Böckingen liegt am Rand des Stadtteils ähnlich peripher wie der Schriftsteller Otto Rombach in der literarischen Erinnerung. Dafür hat er im Literaturhaus Heilbronn einen Platz gefunden. Öffentliches Interesse für die Person Otto Rombach flammt nur noch auf, wenn es um seine Verstrickung in das System des Nationalsozialismus geht. Eine bedeutsame Frage, gerade im Hinblick auf das Otto-Rombach-Stipendium, das die Stadt Heilbronn aus dem Nachlass des Schriftstellers vergibt. Das Schaffen von Otto Rombach kann in drei Phasen gegliedert werden, die jeweils Politik und Gesellschaft ihrer Zeit widerspiegeln. In den 1920er Jahren atmen manche seiner ersten literarischen Gehversuche ein wenig den Geister Roaring Twenties, etwa die Gedichtssammlung Gazettenlyrik, Gedichte eines jungen Journalisten aus dem Jahr 1928. In der NS-Zeit zieht sich Rombach auf historische und volkstümliche Themen zurück. Es ist die Zeit seiner größten Erfolge, etwa mit dem Roman Adrian der Tulpendieb. In der Nachkriegszeit präsentiert er sich als Humanist, strebt nach epochenübergreifender Gültigkeit und geht der Auseinandersetzung mit der NS-Zeit und seiner Rolle damals aus dem Weg. Otto Rombach war ein sehr produktiver Schriftsteller. Die Liste seiner Bücher, Aufsätze und Produktionen für Rundfunk und Fernsehen umfasst mehr als 100 Einträge und reicht von Bühnenstücken und Komödien, Gedichten, Novellen und Romanen bis hin zu Reiseerzählungen und Fotobildbänden. Rombachs wichtigster Roman Adrian der Tulpendieb erschien erstmals 1936 und wurde 1937 in der Pionierzeit des Fernsehens im Berliner Fernsehsender Paul Nipko aufgeführt. Eine verkürzte Kriegsausgabe unter dem Titel Das Tulpenfieber wurde 1943 von der Deutschen Arbeitsfront aufgelegt. In der Nachkriegszeit erschien der Roman mehrfach neu. 1966 entstand daraus eine Fernsehserie, die heute noch vertrieben wird. Sie war die erste im deutschen Fernsehen, die komplett in Farbe ausgestrahlt wurde. Die Texte Rombachs, die in der Nazi-Zeit entstanden, waren politisch angepasst. 1938 etwa publizierte er eine solche im Kalender von schwäbischer Scholle. In dessen Vorwort heißt es, dabei muss und wird die Pflege des heimatlich-stammesmäßigen in bewusster, freudiger Einordnung in den Reichsgedanken des Nationalsozialismus erfolgen. 1941 wurde Rombach mit dem schwäbischen Dichterpreis ausgezeichnet, überreicht vom württembergischen NS-Ministerpräsidenten Christian Mergenthaler, der darauf hinwies, dass Rombachs Roman »Der junge Herr Alexis« zu jenen Werken zähle, die dem Führer alljährlich an seinem Geburtstag als Geschenk deutscher Dichtkunst übereignet werden. Über die zwölf Jahre des Nationalsozialismus berichtete Rombach später in seiner Autobiografie mehr verschlüsselt als dokumentarisch. Er spricht von den schrecklichen 40er Jahren und beschreibt den Garten eines Freundes in Berlin als Rückzugsort. Wir waren dort fern von allem, auch von der täglich schrecklicher sich beweisenden Zeit. Rombach stellt das Schreiben während dieser Jahre als Ausgleich gegen die Bedrückung jener Jahre dar. Seiner Auffassung nach kann Literatur nicht nur darin bestehen, dem Leser nur die Schrecklichkeiten unseres Daseins vorzustellen. Vielmehr helfe es dem Leser, wenn der Autor auch blühende Bäume wahrnimmt, wenn er auf die humanen Geister in den Nöten ihrer Zeit verweisen kann und auf das mögliche Gute und Schöne, das sein Ziel bedeutet. Otto Rombach hat in seinen autobiografischen Schriften kein Zeugnis abgelegt von seiner Haltung, von seiner Rolle während der NS-Zeit. Er blieb im Wagen, er verschleierte und er verschwieg, dass er ab Herbst 1942 Mitarbeiter in der rundfunkpolitischen Abteilung des Auswärtigen Amtes war. Überhaupt vermied er in Vorwärts-Rückwärts meine Spur zeitliche Festlegungen. Er nennt kaum Jahreszahlen, springt vorwärts, rückwärts, assoziiert Erinnerungen und historische Reminiszenzen. Rombach rechtfertigt seine Haltung in der NS-Zeit damit, dass er auf diese Weise manchem Leser in dunkler Zeit geholfen habe. War er also ein Mitläufer, der auch als unpolitischer Schriftsteller, als Intellektueller einen Beitrag zur Aufrechterhaltung des Systems der Nazi-Herrschaft geleistet hat? An dieser Stelle ist weitergehende historische Forschung notwendig, müssen weitere Quellen ausgewertet werden, etwa im Deutschen Literaturarchiv in Marbach, wo umfangreiche Materialien auf ihre Auswertung warten. Nur so kann eine differenzierte Bewertung gelingen. Untertitelung des ZDF für funk, Untertitelung des ZDF, 2020